Ich hoffe, mein Brief findet Sie wohl auf. Ich, Kaiser Ketema, möchte mich Ihrer Talente bedienen. Unsere Nation verlangt nach einer blühenden neuen Hauptstadt, die der Bestimmung meines Volkes würdig ist. Gemeinsam können wir diese Zukunft aufbauen. Willkommen in Envesa. Wie unser Namenspatron, der Löwe, sind wir ein stolzes und starkes Volk. Wir sind fleißig und unser Wille ist unbeugsam. Mit Ihrer Hilfe können wir die Wüste in ein fruchtbares Land voller Reichtum verwandeln. Unsere Dörfer werden gedeihen und unsere Wirtschaft florieren. Sicher sind Sie bereits dem aufgeweckten jungen Binyam begegnet und teilen seine Vorstellung von einem Forschungsinstitut, das Gelehrte aus aller Welt anlockt. Das dort gewonnene Wissen wird für Envesa und ihr Unternehmen von ungeheurem Wert sein. Jedoch drängt die Zeit. Unruhe hat jene erfasst, deren Herzen von Neid erfüllt sind und die unser Scheitern herbeisehnen. Für die Nation von Envesa ist die Zeit gekommen, zu erwachen und ihr Schicksal zu erfüllen. Gemeinsam können wir das Land der Löwen erwecken. Schiff, Dürfen nur wachsen, ich glaube, es recommendations vor, als werden Sie auch wiederholfen haben. Ich glaube, sieintendent heute ist eine Wegezonen, dieiminletzenden Nachfrau in 2022 und nach 20 showen, die Vigezä smert sind und vorgehalten. Untertitelung des ZDF, 2020